Ob Arbeitssicherheit im Gelände oder auf Dächern sowie Sicherheit im Freizeitbereich, die Vibro Management AG hat für Sie immer die professionelle Lösung. Für Arbeiten in Böschungen bis 45 Grad oberhalb von Stützmauern, Tunnelportalen und Felsen haben wir einen geprüften Schutzzaun entwickelt, welcher Sie auch ohne PS-AGA vor Absturz schützt und Sie frei und sicher arbeiten lässt. Optimal designt gegen Verwachsungen und Schneedruck. Führen Sie Arbeiten an Felswänden oder Schutzbauten aus oder verbringen Sie Ihre Freizeit auf Klettersteigen? Nach einer von uns durchgeführten Schulung dürfen Sie unser Klettersteigmaterial selbstständig zu einem zertifizierten Klettersteig verbauen. Auf Wunsch planen und verbauen wir auch für Sie die passende Via Ferrata. Mit dem zertifizierten Klettersteigmaterial ist jeder trittsicher und macht Spaß. Die geprüften Anschlagpunkte und Systeme für bis zu sechs Personen sind in der Schweiz einmalig. Arbeiten Sie auf Dächern, in Industrieanlagen oder führen Arbeiten am hängenden Seil aus? Nur mit einer professionellen Absturzsicherung, einer sogenannten Lifeline, können die Unterhalts- und Kontrollarbeiten zügig ausgeführt werden. Wir planen, berechnen und dokumentieren Ihre Anlage individuell und ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch Zubehör für Ihre persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und wir führen die jährliche Kontrolle Ihrer PSAGA durch. Ob Material, Planung, Schulung, Montage, Inspektion – mit uns haben Sie den richtigen Partner und sind immer auf der sicheren Seite. Vibru Management – Ihr Kontakt für die Höhe